Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen heute zu meinem Cash Stuffing Video. Ich freue mich unfassbar doll da drauf. Es gibt nämlich auch einige Erneuerungen oder Besonderheiten für den Monat Februar. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, euch gefällt mein Setup ein bisschen. Ich habe mal wieder ein bisschen was dekoriert. Das habe ich ja letztes Jahr vor allen Dingen ganz besonders gemacht. Beispielsweise zur Weihnachtszeit oder auch zu Halloween. Und diesmal habe ich so ein bisschen, ja, alles angepasst an Valentinstag und an mein Budget. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal an. Vielleicht werde ich das eine oder andere nachher auch wegpacken, weil das einfach meiner Meinung nach ein bisschen stören kann. Beziehungsweise ich packe das jetzt schon mal weg. Weil ich ganz genau weiß, dass das mich nachher stören wird. An dieser Stelle möchte ich einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Denise sagen. Und zwar habe ich von ihr ein kleines Paket bekommen mit wunderschönen Washi-Tapes. Auch noch dieser schönen Kerze hier. Deswegen mache ich die diesen Monat oder ich versuche sie immer in jedem Video anzumachen. Die ist wirklich wunderschön, riesengroß, schwarz und ich liebe Kerzen. Und da waren noch viele andere schöne Sachen, Stifte dabei und so weiter. Ich blende euch hier mal gerne ein Bild ein und das hat sie mir netterweise zugeschickt und da habe ich mich wirklich wahnsinnig dolle drüber gefreut. Vielen, vielen lieben Dank an dich, Denise. Dann würde ich sagen, beginnen wir dann direkt mal mit den ganzen Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Alles, was ich geplant habe für diesen Monat. Das Video wird, denke ich, ein bisschen später online gehen, weil ich noch viele Videos habe, die davor online gehen. Wie der Monatsabschluss, den solltet ihr jetzt auch schon gesehen haben. Mein Gehalt diesen Monat sind 2.320,61 Euro. Sonstige Einnahmen habe ich ja bisher noch nicht. Das kommt dann immer im Laufe des Monats, sind da die Umfragen beispielsweise. Und dann trage ich einmal ein meine ganzen Fixkosten. Die haben sich zum letzten Monat nicht verändert. Das sind meine fixen Kosten und ich habe tatsächlich wieder vergessen, ich habe ja seit letztem Monat noch die Rechtsschutzversicherung. Den habe ich hier nicht mit aufgeführt. Und das sind monatlich auch nochmal 60 Euro. Meine Sinking Funds 1, da müssen wir einmal in mein anderes Büchlein schauen. Und zwar werden das im Februar sein 67 Euro und 86 Cent. Und das Ganze werde ich einfach mal aufrunden auf 70 Euro. Und die zusätzlichen 3 Euro oder 2 Euro, ja, 2,10 Euro werde ich einfach in einen Sinking Fund packen und dann ist der Topf einfach schon schneller voll. Dann rechnen wir jetzt einmal aus, was ich jetzt hier alles an Ausgaben quasi habe. Somit sind das insgesamt Fixkosten derzeit von 924 Euro. Das trage ich hier auch nochmal ein. Und dann gucken wir mal, ob ich Sinking Funds 1 in diesem Monat habe. War ja nicht mehr in dem Büchlein, Moment. Und zwar schaue ich da einmal hier. Im Januar hatte ich meine Autoversicherung. Dann geht jetzt, glaube ich, ab die GEZ. Da muss ich nochmal ganz genau gucken. Doch, genau, die geht ab. Das tragen wir dann nämlich auf einmal noch hier ein. Ich spare ja monatlich die GEZ an von 18,36 Euro. So, ich habe jetzt hier erstmal noch die ganzen Daten eingefügt. Denn das ist eigentlich, klar, hier steht jetzt Februar drauf. Aber den gibt es auch in meinem Shop individuell für jeden Monat anpassbar. Und somit habe ich hier keine Zahlen reingeschrieben. Den für den Monat Februar findet ihr unten einmal kostenlos. Den könnt ihr euch kostenlos downloaden. Generell alle meine Vorlagen, die ich verwende, habe ich selbst erstellt und findet ihr alle in meinem Etsy-Shop. Beziehungsweise den hier halt kostenlos. Einmal verlinke ich euch den auch unter dieses Video. So, dann schauen wir einfach mal. Im Februar, genau, war ja die GEZ. Da ich jetzt nicht ganz genau weiß, wann die abgeht, schreiben wir die einfach mal an den Ersten. Damit ich mir, also eigentlich jetzt sofort dann, das Geld von meiner INGDIBA, von meinem Extrakonto, dann wieder auf mein normales Girokonto überweise. Damit dann, wenn der Betrag von 85, nee, 55 Euro abgeht, das Geld auf meinem Konto drauf ist. Dann gucken wir mal. Ich glaube, das war alles, weil ich habe das nämlich sortiert. März, September, genau. Und November. Somit haben wir auch hier einmal das eingetragen. Ich habe mir jetzt endlich, ich habe mich immer ein bisschen geweigert, sage ich mal, weil ich so viele Textmarker habe, mir diese radierbaren Textmarker zu kaufen. Die habe ich jetzt aber bei der lieben Wiki gesehen. Die benutzt die unter anderem auch. Und da dachte ich mir, nee, ich brauche die jetzt unbedingt. Deswegen, ja, habe ich die jetzt auch endlich mal geholt. Die kann man wegradieren, genauso wie diese Stifte hier. Und das verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox, damit ihr da nachschauen könnt, falls ihr da auch Interesse dran habt. Die finde ich mich wirklich richtig, richtig schön, weil die so pastellig sind. So, dann kommen wir endlich zum Cash-Stuffing. Und zwar hole ich euch für das Cash-Stuffing wieder raus, damit ihr hier immer die Umschläge seht. Wir fangen an mit den Lebensmitteln. Und da kommt jetzt die Besonderheit. Und zwar haben mein Freund und ich, beziehungsweise ich und mein Freund macht jetzt aber mit, weil er das auch ganz cool findet, überlegt, dass wir diesen Monat nur 50 Euro in die Lebensmittel packen. Und zwar möchten wir gerne einen Monat lang, und da passt sich der Februar eigentlich perfekt, weil es nur 28 Tage sind und dann vielleicht ein bisschen einfacher ist, auch wenn es nur drei Tage sind oder zwei Tage weniger. Trotzdem haben wir uns jetzt den Februar dafür ausgesucht. Und zwar wollen wir vorrangig versuchen, über Foodsharing kostenlos Essen zu bekommen. Hier in meiner Umgebung gibt es tatsächlich nicht viele, die da mitmachen, aber es gibt einen. Und da bin ich jetzt diesen Monat Stammkunde. Ich hoffe, dass er wirklich jede Woche was rettet, sodass dann auch was für mich übrig bleibt. Da haben wir jetzt schon einmal etwas geholt bei ihm. Und zwar ist das so, die bekommen die Lebensmittel von Bäckern oder von Supermärkten. Manchmal sehr, sehr großer Menge, manchmal weniger großen Mengen. Gemüse, Obst, Milchprodukte, also ganz, ganz unterschiedlich. Das sind die Produkte, die beispielsweise auch abgelaufen sind und im Supermarkt nicht mehr verkauft werden können und dann im Müll landen würden oder halt Obst, welches nicht der Norm entspricht, krumm ist oder vielleicht schon ein bisschen in so einer Apfelverpackung ein Apfel schimmelig ist oder sowas. Aber trotzdem kann man ja die fünf anderen dann noch essen, aber verkaufen geht dann halt nicht mehr. Und das wird halt gerettet und dann wird das bei Foodsharing hochgeladen von den Personen und dann kann man sich da melden und dann halt hinfahren und sich das Essen abholen. Und da haben wir schon mal eine Tüte gerettet sozusagen. Man geht da mit seiner eigenen Tüte hin, holt sich das dann ab und ja, das ist halt komplett kostenlos. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, was wir da schon alles haben retten können und darum oder da herum basteln wir uns unsere Menüplanung für die kommende Woche und dann habe ich auch noch ganz, ganz viele Reste im Kühlschrank, die unbedingt weg müssen. Und deswegen wird das mal wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Challenge. Aber ich finde es eigentlich ganz cool und ich bin gespannt. Ihr könnt ja gerne sagen, ob ich euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halten soll, was wir so gegessen haben, was wir retten konnten, dass ich euch nicht nur erzähle, was ich halt ausgegeben habe, sondern auch noch mal so ein bisschen mehr darauf eingehe. Rest habe ich ja eh nicht bei den Lebensmitteln. Packen wir diesen Monat hier nur 50 Euro rein? Man hätte natürlich sagen können, wir packen da trotzdem 150 rein, für den Fall der Fälle, dass wir mehr Geld ausgeben. Aber ich habe, also habe ich auch tatsächlich erst überlegt, aber ich möchte das nicht, weil ich glaube, dann würde ich eher verführt werden, da vielleicht etwas auszugeben, wenn ich da mehr Geld drin habe. Und so weiß ich, ich habe eigentlich wirklich nur 50 Euro dafür eingeplant. Aber ihr werdet nachher auch sehen, ich lasse mir immer einen Puffer jetzt noch übrig. Also ich verplane nicht meine 2.300 Euro, sondern lasse mir ein bisschen Puffer übrig. Und sollte es dazu kommen, dass wir doch mehr Geld ausgeben, dann habe ich immer noch den Puffer oder könnte mich an anderen Kategorien bedienen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Challenge sagt. Bei Restaurants, auswärts essen, möchte ich ebenfalls nicht so viel dazu tun. Der Rest waren 5 Euro, den habe ich noch vor dem Monat. Und dazu legen möchte ich gerne nochmal 50 Euro, sodass wir auf 55 Euro kommen. Und somit für Lebensmittel, ja, 100 Euro haben. Also wir gehen natürlich vielleicht auch ein, zwei Mal auswärts essen. Da wollen wir uns jetzt erstmal nicht reduzieren. Also schon reduzieren und weniger als sonst auf jeden Fall. Weil sonst habe ich ja hier immer mindestens 100 Euro drin. Trotzdem wollen wir dafür Geld einplanen, weil ja auch zum Beispiel Valentinstag ist. Und vielleicht gehen wir da einfach schön essen. Bei den Nägeln, hier ist immer noch die falsche Reihenfolge, das stört mich total. Das mache ich erstmal raus. Beide Nägeln sind noch 35 Euro drin. Und ich packe wieder 35 Euro dazu, sodass wir jetzt wieder auf die 70 Euro kommen. Weil ich auf jeden Fall jetzt Anfang des Monats meine Nägel machen lassen muss. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht am Ende des Monats auch wieder soweit ist. Somit müssten jetzt hier 70 Euro drin sein. 20, 40, 50, 60, 65 und dann hier dann nochmal die 70. Die Sinking Fun Tracker werde ich dann im Anschluss ohne euch ausfüllen, weil es sonst tatsächlich, denke ich mal, zu lang wird, das Video. Dann kommen wir zur Drogerie. Hier hatte ich ja nichts, da war ich ja letzten Monat tatsächlich im Minus. Und da wollte ich reinpacken, 30 Euro. Sodass jetzt hier auch nur 30 Euro drin sind. Bei den Haustieren haben wir, da muss ich einmal kurz schauen, noch 60 Euro drin. Genau, und da wollte ich nichts reinpacken, denn ich denke, die 60 Euro werden definitiv ausreichen. Futter habe ich ja jetzt auch erstmal genug. Bei dem Auto war ja auch nichts mehr drin. Und da wollte ich dazu tun, 80 Euro. 50, 70, 80. Bei der Freizeit waren drin, 135 Euro. Und hier werde ich reinpacken, 15 Euro, sodass wir hier auf 150 kommen. 10, 15. Jetzt müssen wir die Freizeit hier reinmachen. Somit 150 Euro. Da rechnen wir einmal, oder zählen wir einmal nach. 50, 100, 120, 130, 140, 145, 150. Perfekt. Bei Luxus hatte ich noch drin 35 Euro. Und hier sage ich ja immer, dass ich gerne 100 Euro immer drin habe, sodass ich jetzt 65 Euro dazu tun muss, um auf einen Betrag von 100 Euro zu kommen. 50, 60, 65. Ups, jetzt habe ich einen Zehner zu viel. 50, 70, 80, 90, 95, 100. Ich liebe das, wenn die Umschläge sich wieder füllen. Es gibt doch nichts Besseres, als dass die Umschläge wieder gefüllt sind und der Bein da wieder schön voll ist. Bei Ungeplant hatte ich ja auch die Ausgabe letzten Monat und somit kein Geld mehr drin. Und da kommen die ganz normalen 10 Euro wieder rein. Somit sind auch meine variablen Kategorien wieder aufgefüllt und dieser Bein da wieder voll. Wenn wir das jetzt hier mal ausrechnen, kommen wir auf einen Betrag, den ich jetzt neu dazu getan habe, von nur 335 Euro. Das ist im Vergleich zu den anderen Monaten sehr, sehr wenig. Ich glaube, so wenig hatte ich noch nie. Und der Rest vom letzten Monat waren 270 Euro, sodass wir jetzt eigentlich auf einen Gesamtbetrag kommen müssten. Und dann, da gucken wir mal, 270 plus 335 ergibt 605 Euro. Und dann machen wir hier einmal die Gegenrechnung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal Foodsharing gemacht habt und wie eure Erfahrungen damit sind. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, wie das klappt und ja, ob wir es schaffen. Oh mein Gott, ich bin wirklich richtig aufgeregt und richtig angefixt, dass wir das jetzt machen. 605 Euro, stimmt also. Somit ist das jetzt hier eigentlich auch alles abgehakt. Das war jetzt mein Büchlein mit dem Budget. Ach Moment, wir müssen natürlich erstmal gucken, wie viel haben wir denn jetzt noch für die Sinking Funds übrig. Und zwar sind das ja, oder habe ich ja 2320,61 Euro, minus die Fixkosten. Und dann das, was ich jetzt neu dazu getan habe. Somit bleibt für meine Sinking Funds noch 1061 Euro übrig. Die wir jetzt verteilen können. Ich habe das Ganze natürlich schon mal vorbereitet, deswegen weiß ich jetzt, dass es aufgeht. Wenn ihr wollt, dass ich euch da nochmal wirklich detailliert mitnehme, ich mache das ja hier immer mit meinen Bargeld-Trackern vorher schon, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich euch beim nächsten Monat da auch wieder mitnehmen. Nur dann muss ich definitiv die Videos wieder teilen, weil sonst quatsche ich einfach zu viel und das Video wird einfach zu lang. Dann kommen wir zu meinen Sinking Funds 1, äh 2, Entschuldigung. Dafür hole ich mal meinen richtigen Binder. Das ist dieser hier. Und da fangen wir mal an. Und zwar im Februar mein Sparziel bespare ich ja wirklich jeden Monat mit 85 Euro, sodass jetzt hier 895 Euro drin sein müssten. Hier hatte ich ja leider den Fehler gemacht. Und zwar ist mein Sparziel 1 nicht auf Bondora, sondern mein Sparziel 2. Und mein Sparziel 1 ist hier. Hier kann ich dann auch wieder Münzen ausmalen. Und zwar durfte ich jetzt insgesamt 13 Münzen. Das heißt, eine geht noch. Und dann nochmal eine halbe. Somit ist mein Sparziel, ähm, ja, noch in weiter Ferne, aber nicht mehr ganz so viel. Ich habe auf jeden Fall ja schon mal, ja, ein Fünftel geschafft vielleicht. Genau. Dann packen wir jetzt hier noch 85 Euro rein. So, dass jetzt hier, ähm, Moment, 170 Euro drin sein müssten. Und das restliche Geld ist auf meinem Konto eingezahlt, weil ich halt nicht so viel Geld zu Hause haben möchte. Und da sollte man sich wirklich bewusst drüber werden, dass man nicht so viel Geld am besten in den Barumschlägen hätte. Also nur ein kleiner Tipp. Ihr müsst es natürlich so nicht machen. Ihr könnt natürlich auch das Risiko eingehen. Ja, auf jeden Fall das Sparglas. Da kann ich dann auch nochmal ein paar anmalen. Das ist auch der Stift aus diesem Set von den radierbaren Stiften. Also wirklich wunderschön. 170 Euro, 50, 100, 120, 140, 150, 160, 165 und 170. Kommen wir weiter. Auch hier sind wieder 85 Euro reingeflossen. Und dieses hier, das Sparziel, das ist auf meinem Bondora-Konto. Hier kann ich noch kein weiteres anmalen. Also ich könnte eine Hälfte anmalen, aber ich mache einfach beim nächsten Mal dann den ganzen an. Kommen wir zu meinem Auto. Dort möchte ich gerne im Februar 50 Euro reinpacken, sodass ich jetzt hier 600 Euro habe. Da kann ich jetzt auch nichts in die Umschläge tun. Das liegt auf der Engliebe auf meinem Extrakonto. Bei meinen Katzen, dass es wieder ein Barsinking fand, möchte ich gerne 114 Euro dazu packen. 1, 2, 100, 110, 115. Ich packe jetzt erstmal das so rein. Moment. Und 114 Euro, dann müssten ja dann drin sein. 300, 100, 200, 250, 270, 280, 290, 295. Dann wechseln wir das mal hier. Wenn nicht, muss ich nachher nochmal kleines Geld nehmen aus meiner Wühlkiste dort. Dann kommen wir weiter zur Wohnung. Dort möchte ich gerne reinpacken, 137 Euro. Somit sind wir jetzt hier auf 900 Euro. Das ist ein Pocket bei Vivit und da bespare ich diesen Sinking Fund. Somit sind wir jetzt hier bei 900 Euro. Diesen Pocket spare ich ja gerade sehr strikt, weil ich dort nämlich auf jeden Fall mir einen Esstisch demnächst holen möchte. Oder im nächsten halben Jahr so. Bei den Geschenken, das ist ja auch wieder ein Barsinking Fund, möchte ich gerne 70 Euro dazu tun. So, dass wir jetzt hier auf 400 Euro kommen. Meine Mama hat zum Beispiel bald Geburtstag. Und dann wird ja da auch wieder was runtergehen. Ja, deswegen 50 Euro, 70 Euro. Und bei 500 Euro ist ja dann eh Stopp. Das heißt, das werde ich vielleicht nächsten Monat erreichen. Obwohl, nee, wenn meine Mama Geburtstag hat, wird ja dann wieder alles runtergehen. Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, auch 400 Euro sind ja schon super, super, super toll. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 70, 90 und 400. Somit passt auch das. Und wir kommen weiter zur Gesundheit. Hier möchte ich gerne reinpacken 65 Euro. Somit kommen wir jetzt hier nämlich auf 350. Da gucken wir mal. 20, 40, 50, 55. Und diesen hier tausche ich mal in zwei Einer. So, und der kommt hier hin. Und somit müssten jetzt hier drin sein, 350 Euro. 50, 100, 150, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 310, 20, 30, 40. Habe ich jetzt einen Fünfer zu wenig da reingepackt. Gut, da muss ich nochmal einen Fünfer holen. Einen kleinen Moment. So, dann haben wir jetzt hier noch den Fünfer. Und somit sind das jetzt dann die 350 Euro. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal nachzählen. Das haben wir jetzt schon öfter nachgezählt. Das passt jetzt auf jeden Fall. Und somit sind die ganzen Umschläge auf jeden Fall gefüllt. Wir kommen noch zur Kleidung. Da packe ich nichts rein. Beim Notgroschen kommen wie immer 200 Euro rein. Sodass wir jetzt hier bei 1700 sind. Mein Notgroschen habe ich bei der Inge Diba liegen. Meine Nachzahlung packe ich auch wieder 100 Euro rein. Bin ich jetzt bei 200 Euro. Und das habe ich bei Bondora liegen. Beziehungsweise noch nicht. Noch ist es ein Pocket bei Vivit. Aber ich werde es voraussichtlich bei Bondora dann zu Bondora überweisen. Das Haus wird ja immer erst am Ende des Monats geguckt. Passt da noch was rein? Habe ich noch was übrig oder nicht? Dann kommt da erst etwas rein. Und dann natürlich noch den Urlaub. Ebenfalls mit 200 Euro. Somit bin ich jetzt bei 1500. Hier kann ich jetzt noch einmal was ausmalen. Meinen Urlaub spare ich zwar online. Aber ich habe hier immer noch mal sowas visuell. Damit es einfach auch ein bisschen Spaß macht. Das zu Hause zu sehen wie sich der Topf füllt. Somit 200 Euro. Ich darf noch mal acht. Ne. Zehn Stück ausmalen. Hier seht ihr. Also das habe ich schon voll. Und hier bin ich auch schon bei der Hälfte. Ja Wahnsinn. So schnell können sich die Umschläge füllen. Da freue ich mich wirklich sehr dolle drüber. Und ja. Das war jetzt alles soweit. So gut. Wir gucken mal was wir jetzt noch übrig haben. Ob das auch alles so hinhaut. Und was wir jetzt für die Sinking Funds eingeplant haben. Na gut, dass ich das noch mal nachgerechnet habe. Ich habe nämlich gerade was hier zumindest falsch eingetragen. Und zwar bei der Nachzahlung. Ups. Wollte ich diesen Monat erstmal noch nichts reinpacken. Sondern erst am Ende des Monats schauen, ob noch was übrig bleibt. Und ich wollte diesen Monat eigentlich hier auch nur 100 Euro reinpacken. Jetzt stimmt natürlich mein Tracker nicht. Weil ich jetzt 200 Euro da reingepackt habe. Aber das kann ich ja dann nächsten Monat anmalen. Also nicht mehr anmalen, dann passt es wieder. Also ich hatte da irgendwie gerade einen kleinen Denkfehler. Da war ich irgendwie zu schnell. Ich hatte nämlich gerade die Werte noch vom letzten Monat dann einfach übertragen. Beim Nachrechnen ist es jetzt gerade noch mal aufgekommen. Na gut, dass ich das noch mal nachgerechnet habe. So, jetzt schauen wir noch mal. Ja, genau. So kommt es jetzt nämlich auch hin. Das ist mein Betrag, den ich mir auch vorgenommen habe, dafür auszugeben. Mensch, zu spät am Abend jetzt hier schon. So könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Ich habe jetzt hier gar nicht mehr die Sinking Funds 2 stehen. Ich schreibe das mal hier unten mit auf. Habe ich 906 Euro. Das heißt, ich hatte ja davor noch 1061 Euro. Somit habe ich jetzt noch 155 Euro als Puffer übrig auf meinem Konto. Und damit kann ich dann unter anderem meine Sparchallenges ein bisschen bedienen. Und ja, das war jetzt mein Cash-Stuffing für den Monat Februar. Ich bin gespannt, vor allem bin ich gespannt, was ihr zu der Aktion bei den Lebensmitteln sagt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Lasst mir also gerne einen Kommentar dazu unten da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.